Oh ne Anu bis Ares und Thor Auch so ne Rollenmobs-Kombo Dann müssen wir auf jeden Fall Reinigung holen Ja ich nehm's ja immer als Ausschuss mit Reinigung Oder Anu bis Der Scheiß-Ulti macht Alter Aber das ist gut die machen viel Magie-Damage Da kann man auf Magie-Damage gehen Ja Anu bis direkt auch ähm am Besten direkt ab Abstrafen Der ist richtig weich Der ist richtig weich Ja man Okay Die finden's magisch Du musst Damage holen oder? Man kann nie Damage nehmen Oder willst du Damage? Nein nein ich will nicht Reinigung Nein War mir schon richtig mies auf welchen wollte bei uns gehen Alter Auf der Erkennung auf Nisch gehen Ja und wenn die's richtig macht ist sie zumindest halt hinten drin Ja Ah ich hätt noch zwei Dinger gleich kaufen sollen Okay Das war's Wort Ja Ja Auch so mieses Campclearen hier zu zweit beide einmal rein und dann ist das Campschiff Ja man Ja man Ja man Ja man Ja man Ja man Wohle Guck mal ich muss die machen Alter Tor spielt schon direkt voll aggressiv Tor geht rechts rein Ich hab Cooldown Alter Shit man Shit man Meinst du das im Emana Camp? Haha so beide rein? Ja ich kann wenigstens schon weg porten Was gut ist Anu bis direkt mal Alter Den Scheiß sollte ich gerne noch bekommen Alter im Wichser Ja man Das war echt klaus So die haben beide Medizinationen Oh der Schildertor gefickt Oh der Schildertor gefickt Ja vor allem wie ich auch reingegangen bin und erst mal alle Halsen Ja man Hahaha Da könnte auch niemand mit rechnen Thanks Der scheiß Tor ist noch ein bisschen zurück der Wichser Ah tschüss da hinten oder was Oh der kommt zu dir Der kommt zu dir Oh ist der Low Oh mein Gott Da kommt Anubis Ich hab mich gesilenced Oh ich renne noch vorne in seine Scheiß rein Ah der Beste mit zusammen eigentlich ist zum Mobil Hahaha So einfach mal Denimala Camp rein Rage schneide Lass Anubis direkt holen Ja Warte kurz Ich sterbe glaube ich Ok jetzt war natürlich Tor noch da Warte kurz warten müssen bis ich meine Aufkommt Ja ja das war zu Kidi direkt Erst mal magische Schutz kaufen die machen nichts mehr gleich Und nen Trank Brauchst du Mana Der Wichser Na Trade passt schon Bin grad weg halt Woll ich mir Boots hole Ich muss schon mal mein magischer weniger Damage Alter Ja man ich habe auch so krank jetzt schon Ähm Magie Widerstand Damage wird da Sag mal verreckt Ne einmal Der Tor traut sich schon nicht mehr aus Dabei ist ganz genau Wenn er so halblau rauskommt Geh schon rein Weil es ist nicht dein Ziel Ne 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 Brauch vier Sekunden noch Tor kommt zu mir Der ist vorne am Eck Hier ist meine Ulti Gereint Ulti Oh fuck die scheiss Ads kacke Ich kann nicht rein gehen Ich geh auch raus Ich geh auch raus Schade Na aber gut Ja man zwei haben wir wenig gekriegt Ja man bis noch Alter der stirbt fast noch Der nur bis Wegen meiner Seuche vielleicht Ja man Übel Damage noch gekriegt Würde mich jetzt nicht wundern wenn Thor seine Ulti zieht Ne Okay Geh gleich zurück Oh ich geh holte den Stein Er holte das Herzstein Amulett Was ist das? Warte mal Magische Schutz Aura Herzstein Amulett Bei den Magischen Schutz und alle unserer Verbündeten kriegen magischen Schutz dazu Ja das könnte ich holen Ja dann hol ich es nämlich Ich hab's ich hab's Du kannst gerade direkt kaufen. Oh, ich muss mal Schuhe kaufen. Und noch Worts gleich. So. Brauchst du Mana? Können wir schon magst du holen, ja. Aber lass erst den Anubis. Ich hab erst ca. 10 Sekunden, da habe ich meine Ulti wieder. Ich hab Ulti, hab ich fertig. Okay, lass den. Ich hüpfe rein, muss nicht reinulten. Oh, das soll ich ihn holen? Komm, ja, Mann. Okay, das war sein Tod. Ich nehme einen Ulti hier rein. Triple kill, oh, weh. Und wir gehen hier ganz fix immer auf mich, Alter. Keine Arsch. Ja, weil die Schiss vor die haben, Mann. Richtig eklig. Hey, guck, ich hab noch keinen Kill. 9 Assisten, Alter. Sollen wir dann erstmal Damage-Camp holen, oder? Ja, Mana, oder ja, Damage-Camp. Oh, nein. Tor kommt zu mir und der andere auch. Liegt nur noch einer. Oh, der den. Buff. Ich muss back. Ich muss back. Oh, der hat ihn auch geholt. Geil. Sollen wir für die, Mann, Mana holen, vielleicht. Du hast Damage, oder? Nee, das Damage haben wir abgegeben. Wie es sich direkt verpisst hat, wo er mich gesehen hat. Sollen wir den, ihr Mana holen? Anubis kommt. Meine Ulti wieder. Zwei, ein Sekunde ich auch jetzt, ne? Ja, lass den mal ein bisschen rauskommen, dann können wir die Ulti holen von denen. Oh, die Ulti. Alter, tausend Gold mehr gemacht als ich. Anubis direkt, oder? Da, da, guck mal, Tor geht hoch, Tor geht hoch, pass auf. Okay, ich fange auch noch rein. Ist die meine Ulti hier drin jetzt? Nice, okay, ich lasse ihn dir. Da, die haben wir wohl noch trotzdem. Ich hab Bodyplugged, ey. Nice. Na, ich hab ihn schon zurück. Ich mach ein bisschen Tower-Damage. Ah, Tor kommt schon wieder. On my way. Ich hab ihn schon wieder zurückgezogen. Wo hat er mich gesilenced, der Penner? Sporty blockt den. So, die kickt den Halt, Alter. Richtig lächerlich. Schon wieder. Ab 10 Minuten, ich falls auf jeden Fall. Ja, Mann. Genug meiner Buffs für alle da. Jetzt gehen sie aber los hier. Natur, gib mir Kraft! Start, Kind! Alter, neuer. 10 Minuten und 30 Minuten geben auf. Neuer Rekord, oder? Davor waren es 23. Oh mein Gott. Ich hab nicht mal dazu meine Items zu holen, Alter. Musch dir ein neues Build bauen. So ein Early-Game-Build. Oh mein Gott, Meisterung auf Level 3 jetzt bei Odin. Geil. Adnil hat halt 12 geholt. Du hast 17 Assists. Ich sag doch, Alter. Also, Herr Rekord auf dem morgens mehr. Wie ist das noch ab? Wenn du immer mit dem neuenioeren Lücken-Sparten. Lasst uns jetzt wieder auf den nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf. Auf. Auf! Auf!